Der Premier League Der Premier League Der Premier League Der Premier League Bravo! Rauf, weiter! Galerien. Weiter! Jetzt! Hast Zeit! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, guck doch mal, ich sehe jetzt was! Ach nee! Das simuliert doch nur! Das ist doch wahr, ey! Ey! Glaube ich, der wurde. Der Mensch, Kameragehaltung! Ralle, machen wir nicht den Klaus Stücher mit Gleitbäcker! Ralle, wenn du das, die Körper mehr nach hinten, ja? Dann kipp doch mal ab, dann, Demi! So, genau so! Da wollen die jetzt! Packe! Jawohl! Wurde! Weiter so! Rückwärm, komm! Weiter durchs Leben! Einer muss noch! Einer vorne! Der hat schon wieder sein Ding in der Hand. Wir sind doch immer, wir sind doch heute Abend bei Facebook oder Youtube. Wie heute Abend, das ist der Live-Obertrag! Das ist der Live-Obertrag! Anbieten, Jungs! Schön! Oh! Oh, scheiße! Na so! Weiter so! Mann an die Leute! Nicht zurück! Geht mal an der Freunde! Alle nach vorne, Philipp! Die glauben, die können auch nicht! Schick dich nieder in den Lungen Kasten! Wir können doch mal! Wir können doch mal! Wir müssen jetzt warm werden! Lass uns das! Hey! Micky, hol ihn dir! Komm, Micky, geh ran da! Sauber! Jawoll! 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 Genau so! 0-0 müssen wir es schaffen! Ja, nee! 0-0! Wir müssen gewinnen mal! Wir haben nirgendwas drauf! Wir werden unentschieden! Gib mal den nächsten Mann! Ne, ja! Der nützt ja nix mehr dann! Weg! 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 Wir können nix! Na, das kummelt heißt nix! Weg! Weg! Zauber! Sehr gut! Zauber! Wir sollen nicht fummeln! Warum nicht zauschen? Wir sollen ja gar nicht beschweren! Nee, kannst du nicht aufhauen! Wir müssen jetzt wieder aufhauen! Wo wir direkt versuchen? Ja guck mal, an meinem eigenen Bier bin ich auch besser geworden. Ich werd ja mal so müde, da leg ich mir mal gerne hin. Jetzt noch eins, schön! Oh Mann! Na, bieten! Ihr schützt ihn doch weg da! Was schief ist da eigentlich, man? Der Arzt nicht so viel wie der David von Davies. David geht! Schön! Weiter! Was kommt, Angriff! Hau mal drauf! Rückwärts! Na komm weiter, Herr Philipp! Jetzt bin der Schiri fein gefahren! Komm her! Komm her! Philipp, gibt auch die Dinge zählen! Ach, nicht doch hier als die Eiseränder! Nils! Komm her! 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 Philipp! Komm her! Komm her! Komm her! Wir waren innen! Schweigler! Wir waren innen! Wir waren Meter drinnen! Ruhig! Schön! Komm Nils! Steinbein hier jetzt! Ja sicher, beim innen nicht! Wundet gegeben... Ach, das war ne Reihe. Euer Ball! Rauf da! Ach, der Mist. Schön! Komm schon, Tobi! Sieh! 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 Nein! Das kann doch nicht machen! Ich wollte immer mal sehen, wie Ralle zu Hause vom Fernsehaus. Die Kamera auf der Seite! Die Kamera nicht in der Nebensimmel. Hast du das jetzt drauf? Nicht ganz. Ach, das kann doch nicht so. Mann, wir haben nicht mehr viel Zeit. Na komm, sechs Minuten spielen wir als Ralle. Kein egal, Philipp. Mach rein da! Mach weiter so! Schön! Nachsetzen! Nach, drüben, einsetzen! Hier ist Nummer 11. Pass auf, Herr Paul! Lass den Ball laufen! Warte, hier steht der Mann! Warte, hier steht der Mann! Jawohl! Jetzt nach vorne, komm! Wieder, 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 wieder! Planiert! Planiert! Planiert, steht frei! Tobi! 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 Tobi, mach nicht so weit! Jetzt mach dich frei, jetzt mach dich frei, lieber. Nein! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Haben wir den Kampf vollständig? Den musst du erst mal probieren. Willi, hilf! Wunder bloß rein! Wunder bloß rein! Wunder bloß rein! Hey, nicht alle hier rüber, ey! Nur einer! Noch einer, Blas! Hey, flug denn! Lauf mal, Leute! Lauf mal, Leute! Lauf mal! Lauf mal! Der war drin! Ich schwöre für meine Mutter, der war drin! Der war drin! Der war drin! Entschuldigung, der war drin! Der war drin! Der hat innen nicht weggewackelt! Hey, ich will nicht rum, ich bin weiter! Ja, Mann! Wenn der nur vor dem Forsten geht, wackeln nicht den jetzt! Nee, der war drin! Ja klar! Definitiv war der drin! Da kommen an die Leute dran! Ach komm, hast du gespielt? Ach komm, hast du gespielt? Schön, hast du noch! Schön, Jöne! Du bist! Und jetzt roll ich's! Überzahl! Hey, lass raus! Raus! Nochmal, nochmal! Genau so! Mach auf! 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 Also laut Kamera sind wir jetzt bei 8 Minuten! Ich hätte gerade kurz zerbrochen, vielleicht 9 sind wir jetzt! Ich hätte schon alleine abschießen müssen! Komm, ich werde jetzt ruckspielen! Schöling! Schöling! Mach auf! Schöling! Kommen raus! Komm! Komm! Komm, wir sind Klar und besser! Komm! Der war drin, der hat ihn ins Netz gehauen. Der war drin, der war drin, 100%. Egal, komm. Jetzt! Wer war denn jetzt, Schiedsrichter? Was denn jetzt, was freibt er denn jetzt? Der sagt doch auch nichts, der Schiedsrichter steht. Ich komme gleich mal zum Bierstand. Das ist der Dicken gesehen, rette Körper. Sauber! Komm, Liki! Lass ihn ausgehen, lass ihn ausgehen, lass ihn ausgehen. Lass ihn ausgehen, lass ihn ausgehen, lass ihn ausgehen. Lass den Zeil, wir haben den Zeil. Hinten, hinten. Komm, Liki! Komm, Liki! Komm, Liki! Komm, Liki! Komm, Liki! Das ist unser! Er hat auch schon gepfifft, er hat er locker, er hat schon gepfifft. Eine gute Mache war! Komm, Liki! Komm, Liki! Komm, Liki! Komm, Liki! Komm, Liki! Komm, Liki! Das schlechte oben, der deutschen Armbände, der von Tobi. Tobi! Der heißt bestimmt auch Tobi, Marco. Zieh drauf! Ja, ja, was? Nein! 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 Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann doch nicht wahr sein, ist ja wie verhext ihr. Der Mix kommt von keiner Frau hier. Ach, das gibt es nicht! Hinten, läuft! Hinten, läuft! Und jetzt links! Komm, Liki! Komm, Liki! Machst du rein, machst rein, jetzt schon! Ja! Machst du an! Ja! 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 Endlich hat mal was funktioniert. Eigentlich das 2-0. War Körper! Ja, das war eingelaufen, Jiri. War Körper! Komm runter vom Platz! Komm runter vom Platz! Runter vom Platz, Freunde! Hallo! Konzentriert weiter! So, jetzt ruhigst du uns! Ball besitzt und nach vorne! Schöne Ball! Na? Ja, also ein oder zwei Mann aus Ausrichtung. Ja, ne? Drei Mann! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020